Eine lässt Rucksäcke, Lecke zu und nächsten Tag kommt jemand und prügelt die Leute von der Familie Rucksäcke. Das ist ja gut, das ist gemacht für die Rucksäcke. Und der eine weiß nicht, was der andere vom Auflagenbescheid hat. Der legt nicht, Frau Müller hat die ja ganz anders ausgelegt als der Vorgänger zum Beispiel. Jedes Mal ist es nicht, weil der Auflagenbescheid recht deutlich ist und die Ansätze... Das ist eben nicht deutlich. Was ist denn Bequemlichkeit? Sie legen das aus. Heldähnliche Zustände machen Sie da draus. Aus Trier-Tür schon. Was und das Versammlungsrecht hält, was dadurch abgedeckt ist, was der Auflagenbescheid auftaucht hat. Meine Polizeikart wird zur Handel haben. Die schaffen einen schwammigen Auflagenbescheid. Sie haben das Camp am O-Platz angegriffen von der Polizei, die sich gefefft hat. Das denke ich mal auch. So, können Sie da mal anrufen? Ihre Kollegen, dass Sie damit aufhören am Oranienplatz. Das wäre nett. Ja, Sie können ja mal anrufen. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Und Frau Roth, herzlich willkommen zwischen 6 und 8.